so und da geht es auch schon direkt weiter so der empfangsraum ist schon fertig das hier war doch eine dumme idee weil hier direkt soll denn die tür zum nächsten raum sein und dass die sachen denn so extrem am durchgang sind ist der vielleicht doch ein bisschen blöd komm die ich weiß die ganze kacke immer raus kommt mal nach da geht das nein geht nicht schade nein ich wollte dich doch so 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 haben wir schon durchgang zum nachbaraum Ja, der Ofen kommt erstmal hier oben rein, dann können wir den gleich mal beheizen mit ein paar Steinchen, die wir gleich brauchen werden, ansonsten brauchen wir jetzt nochmal diese Treppendinger, die hier, einmal so, einmal so, perfekt, so, la la la, genau, dankeschön, so, oh Gott, Alter, was tue ich denn hier, was tue ich hier nur, danke, danke, so, bisschen Geröll, keine Schaden, okay, so, gut, ähm, was können wir hier reinbauen eigentlich, hat da schon Fenster bauen, macht das Sinn, okay, jetzt hoch, du kleiner Schwanz, ich mache das mal wie folgt, das wird mal so ein reiner, äh, Balkon, der hier so hoch geht, hat man hier so eine schöne, freie Fläche, sage ich jetzt mal, wobei, das, äh, ist als Balkon eigentlich schon wieder viel zu flach, oder, obwohl doch, geht eigentlich, aber doch, geht, das hier muss weg, das muss auch weg, definitiv, so, hier kommt dann das Ding, dann, so, hier kommt dann das Ding, dann, so, 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 sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier, eigentlich doch, aber pssst, darf keiner fahren, so, dann haben wir das da auch, perfekt, so, so, haben wir hier so keinen Balkon, na, das geht schon, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie war denn das, da können wir jetzt auch den Telebomb-Zeug verwenden, so, 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 wie war denn das mit dem komischen Zaun, so, 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 okay, damit ist das Ding schon mal fertig, haben wir hier schon ein bisschen Ausblick, das geht schon mal, und hier können wir dann weiter bauen, nach hinten hin, ich hoffe, der Böck ist noch lang genug, ich weiß gerade gar nicht, wie lang der ist, so lang ist er ja gar nicht mehr, aber ich glaube mal ein Raum kriegen wir noch hin, ein Raum kriegen wir noch locker rein, wir haben doch dreimal Eisen, ja, dann, bevor wir uns hier noch totkloppen, so, das hier wird dann sowas wie so ein Schlafraum, und es wird hier gerade auch ganz schön duckel drin, dann muss noch eins nach oben, oder? Nee, komm, der Raum hier kann ruhig ein bisschen tiefer sein, äh, wird er in Schlafraum, von daher, wenn der ein bisschen flacher angeordnet ist, ist das gar nicht mal so schlimm, beziehungsweise, wenn es uns nicht gefällt, können wir ihn immer noch hochsetzen, machen wir uns jetzt noch ein bisschen länger, das sieht doch ein bisschen sehr kurz aus, cool, cool, das ist immer gut, so, du kommst da, 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 dann FM, ist das ein Radiosender? nein, fuck, der Shadow out, du kommst nach, erstmal heiser, hoi, ähm, ja komm jetzt hier, la 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 la, perfekt, so, jetzt haben wir wieder unsere komischen Stufen, davon haben wir noch ein paar, mal gucken, ob die reichen, so, dann kommt, so, hier auch noch einer, da, 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 das wird so, doch schon ein bisschen ganz schön schmal, oder? ja, nee, komm, genau, wir machen die Romio, oh, oh, mal mindestens ein höher, also, nicht mindestens, sondern genau ein höher, das ist ja sonst noch ein bisschen zu schmal, mit den Stufen jetzt am Rand, wirkt es doch relativ beengt, und so stark beengt sollte das gar nicht werden. so, wir wollen mal schauen, ja. Perfekt. Und weiter versuchen. Ah, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon besser aus. Oh, siehst du, bleich jetzt mit den Vierecken ganz genau. Wir dürfen uns da, weil hier soll dann nämlich später das Bett hin. Oder kann es denn hier auch ein bisschen dunkler sein? Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie war denn das Bett überhaupt nochmal? Da brauchen wir auf jeden Fall Wolle für. Wir müssen also auch ein Schaf anlegen. Da kommen wir wohl nicht drumrum. Da ist noch ein Schwein. Der kommt um seinen Tod auch nicht mehr drumrum. Dann werden wir gleich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Was? Spawn die Schafe hier keine Wolle? Dann müssen wir echt jetzt hier Wolle anbauen? Fuck. Scheiße. Gut. Dann werden wir also im nächsten Level erstmal Felder aufbauen. In dem Sinne Schaum mit V.